Servus, moin und ahoi liebe Angelfreunde! Weil das Jahr noch recht frisch und neu ist, habe ich natürlich auch wieder für euch was Neues in diesem neuen und frischen Jahr. Erstmal herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, ihr habt das Reinrutschen gut überstanden in das neue Jahr. Und ich möchte euch natürlich nur das Beste und sehr viel Zeit wünschen und Gesundheit für unser gemeinsames Hobby. Wir haben dieses Jahr viele Neuigkeiten für euch. Wie gesagt, das Jahr ist noch frisch und ich möchte euch schon mal etwas Neues vorstellen. Und zwar geht es darum, dass wir in erster Linie eine neue Farbe oder Färbung besser gesagt in unserem Spoon Sortiment haben. Und zwar ist das so eine schöne Farbe. So richtig schönes Blau, Weiß, Pink. Vielleicht sieht man das hier besser. Und hinten ist das ganze Light Silber. Ist jetzt die neue Farbe für das Jahr 2024 frisch rausgekommen, in allen vier Modellen verfügbar und bereits im Shop eingepflegt. Das nächste, was wir haben, ist vielleicht etwas ganz Interessantes für euch. Wir haben nämlich den Lieblings-Spoon von euch etwas schwerer gemacht. Nämlich den Ando in 2,8 Gramm. Er ist im Vergleich jetzt zum vorigen Modell in 2,4 Gramm etwas größer, was ja auch logisch ist, weil wir unsere Spoons nicht nur einfach dicker machen, sondern insgesamt die Größe verändern, wenn sie schwerer oder leichter werden. Das hat damit zu tun, dass sich das Spiel des Spoons dadurch nicht wesentlich verändert, sondern immer schön beständig bleibt, leicht bleibt und so am optimalsten funktionell ist. Deswegen, wie ihr seht, im Vergleich, der 2,8 Gramm Spoon ist jetzt etwas größer und natürlich super einsetzbar an großen Teilchen, wenn ihr weit rauswerfen müsst und auch natürlich, wenn ihr tiefer fischen müsst. Er hält natürlich so die unteren Wasserschichten oder ganz nah am Grund viel, viel besser als ein leichterer Spoon. Ich denke mal, das ist logisch. Ansonsten, was noch neu ist in diesem Jahr, sind die neuen Pogos, die jetzt auch schon im Shop verfügbar sind. Ganz neu, aufgefrischt. Den Pogo gibt es jetzt auch bei Fischmit.de-Boynes im Shop. Erstmal den Pogo in bereits, glaube ich, 13 Farben. Eine sehr gute fängige Farben, mehr Farben kommen noch dazu. Und wir haben natürlich auch fünf Geschmacksrichtungen oder besser gesagt vier Geschmäcker und ein Geschmack einfach als geschmacksloser. Wir können die auch ohne jeglichen Geruch bestellen. Zurzeit sind Garnelle, Käse, Knoblauch und Banane verfügbar. Ansonsten gibt es noch was Neues. Und zwar ist es jetzt neu, dass ihr auch bei der Teichanlage Finkenbach, wo ich gerade bin, unsere Spoons auch erwerben könnt. Und zwar drei Modelle davon. Das ist der Ando, Lips und der Denkstick. Und zwar habe ich extra fünf gängigste Farben, die jetzt statistisch gesehen an der Teichanlage Finkenbach im letzten Jahr zumindest sehr gut funktioniert haben. Ich habe jetzt erstmal diese fünf Farben für euch hier bei der Finkenbach sozusagen zusammengesucht. Und ihr könnt sie jetzt auch ganz einfach bei Matthias vorne in der Hütte erwerben. Also Freunde, falls ihr mal einen Spoon direkt hier kaufen müsst, falls ihr etwas abreißt oder ihr seid am Wasser und es fehlt euch was an Farben oder an Modellen, könnt ihr euch einfach an Matthias wenden und ihr bekommt unsere Spoons jetzt auch frisch und saftig an der Teichanlage Finkenbach. Ja Freunde, das war es eigentlich schon mit diesem kurzen Video. So eine kleine Annonce für euch für den Anfang dieses Jahres. Wie versprochen oder wie ich schon öfter erwähnt, es kommt noch einiges mehr an Ködern, an Färbungen, an allen möglichen Ausrüstungen fürs Forellenfischen und nicht nur. Und ich freue mich natürlich auf euch, auf eure Kommentare, auf die Likes, auf die Abos und ich möchte mich natürlich dafür bedanken, dass ihr vielleicht sich mitmacht. Und ja Freunde, wir sehen uns das nächste Mal am Wasser. Ich wünsche euch dickes Petri-Heil bei euren Angelausflügen und ich verabschiede mich. Ciao. Ciao. Ciao.